Die Stiftung Topografie des Terrors hat für den heutigen Abend gemeinsam eingeladen mit der Deutschen Verlagsanstalt. Unser Thema ist der Titel eines aktuellen Buches, das vor einem Monat auf Deutsch erschienen ist. Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien, wer sie in die Welt gesetzt hat und wem sie nutzen. Begrüßen möchte ich sehr herzlich den Autor Professor Sir Richard Evans aus Cambridge, außerdem Professor Dr. Michael Wild, der mit dem Autor ein Gespräch über sein Buch führen wird. Nach dem Vortrag und dem Podiumsgespräch gibt es wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, schriftlich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird daher während der Veranstaltung mehrmals eingeblendet. Diejenigen, die hier im Saal ihre Fragen stellen, möchten wir bitten, zum Mikrofon zu gehen, damit sie auch im Livestream übertragen werden. Bitte legen Sie in diesem Fall auch wieder die Maske an. Am Mikrofon selbst und auf den Sitzplätzen besteht keine Maskenpflicht. Meine Damen und Herren, Verschwörungstheorien haben wieder Konjunktur, auch mit Blick auf die Corona-Pandemie. Nicht von ungefähr beschäftigt sich auch ein aktuelles Heft der Bundeszentrale für politische Bildung explizit mit Verschwörungstheorien. So heißt es in der Einführung der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte, Ein signifikanter Teil der Bevölkerung glaubt an sie und diejenigen, die nicht an sie glauben, betrachten sie mit wachsender Sorge. Im Editorial der Zeitschrift erklärt Robin Siebert, Anlass zur Sorge bietet nicht nur die Verbindung von Verschwörungstheorien mit Rechtsextremismus und Antisemitismus, sondern auch die Entkopplung eines Teils der Bevölkerung von der Realität. Der Autor des einführenden Artikels, Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte, versucht zwischen Verschwörungstheorien, realen Verschwörungen und Fake News zu unterscheiden. Richard Enns wiederum hat sich vorgenommen, das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien zu durchleuchten und dabei zu fragen, wer diese in die Welt gesetzt hat und wem sie nutzen. Nirgendwo ist die Ausbreitung von Verschwörungstheorien und alternativen Fakten offensichtlicher als in revisionistischen Darstellungen der Geschichte des Dritten Reichs. So stellt es Richard Evans in seiner Einleitung fest. Wir sind gespannt auf seine Analysen und auch gespannt, welche Einsichten wir daraus gewinnen können, nicht zuletzt mit Blick auf unser digitales Zeitalter und auf weitere Verschwörungstheorien, die heutzutage Verbreitung finden. Ich möchte Ihnen nun kurz Professor Michael Wild vorstellen. Herr Wild ist Professor für deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen vorgelegt. Zwei seiner neueren Publikationen möchte ich nennen. Herr Wild ist Mitherausgeber des Sammelbandes Die SS nach 1945 Entschuldungsnarrative, Populäre Mythen, Europäische Erinnerungsdiskurse. Und in zweiter Auflage liegt sein 2019 erschiener Band vor Die Ambivalenz des Volkes, der Nationalsozialismus als Gesellschaftsgeschichte. Herr Wild, Sie haben das Wort. Liebe Frau Dr. Riedle, herzlichen Dank für die freundlichen Einleitungsworte. Ich freue mich sehr, muss ich Ihnen in diesem Fall auch ganz persönlich sagen, dass ich heute Professor Sir Richard Evans vorstellen darf. Denn es gibt eine lange, lang zurückreichende persönliche Verbindung. Und als junger Historiker konnte ich schon etliche Jahre her das Buch von Richard Evans über Tod in Hamburg, über die Cholera-Epidemie Ende des 19. Jahrhunderts für die Zeit besprechen. Und ich war damals ungemein angetan, weil es ein facettenreiches, sehr gut geschrieben, spannend geschriebenes und richtig empirisch fundiertes, mit Forschung fundiertes Buch ist. Und ich glaube, das ist immer Richard Evans auch Signum gewesen, dass er hervorragend lesbare Bücher schreibt, die zugleich empirisch fundiert sind, sehr belesen und mitunter, wenn man auch durchaus eine Positionierung oder eine Position hat, streitbare Bücher sind. Also das, was wir uns eigentlich von Historikern und Historikern erhoffen und erwarten. Er war lange Jahre im Birkbeck College in London als Professor tätig und ist seit 1998 in Cambridge Professor für Modern History, seit 2008 der Regers Chair, ein besonders ausgewiesener und geachteter, ausgezeichneter Lehrstuhl. Er ist einer sicher unserer, würde man sagen, muss man glaube ich auch so sagen, ein international renommiertesten Historiker in der Gegenwart. Er hat etliche Auszeichnungen bekommen und ist nicht zuletzt wegen seiner vielen Verdienste 2012 von der Queen zum Ritter geschlagen worden, also seither Sir Richard Evans, was glaube ich eine Auszeichnung ist, die nicht vielen Historikern im United Kingdom zuteil geworden ist. und was glaube ich dann auch eine besondere Auszeichnung erwähnt. Ich will von den vielen Veröffentlichungen von Richard Evans nur jetzt zwei, drei nennen. Es gibt ein sehr damals auch bahnbrechendes Buch über die Geschichte der Todesstrafe. Es ist 2018 von ihm ein viel gelobtes Buch über Geschichte Europas im langen 19. Jahrhundert, also vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 1914 erschienen, was Sie draußen auch schon hier in einer deutschen Paperback-Ausgabe erwerben können. ein viel multiperspektivischer Blick auf das 19. Jahrhundert, von dem wir heute wissen, wie stark es auch mit seinen Ausprägungen, mit seinen Entwicklungen das 20. Jahrhundert geprägt hat. Und ich möchte etwas einen Meilenstein von Richard Evans hervorheben, was auch wiederum mit der Geschichte zu tun hat, an die die Topografie des Terrors erinnert. Richard Evans war in einem ganz wichtigen Prozess, der, ich will es mal in Deutschland sagen, der Chefhistoriker, nämlich gegen David Irving. Manchen von Ihnen wird der Name noch etwas sagen, einer der bekanntesten, international agierendsten Holocaust-Leugner, eine über lange Jahre hinweg immer wieder in den Medien präsente Figur, ein wirklich, ja, man kann sagen, gefährlicher Mann, der viel Einfluss hatte mit seinen revisionistischen Ideen. Und eine Kollegin von uns, Deborah Lipstedt, hatte dies auch so formuliert, worauf David Irving sie verklagt hat und darauf, dass dieses Buch von ihr zurückgezogen wird. Das kam vor Gericht. Und es gibt im britischen Recht eben die Besonderheit, dass nicht der Kläger beweisen muss, dass diese These stimmt, sondern die Beklagte in diesem Fall, Deborah Lipstedt, muss beweisen, dass die Vorwürfe, die sie gegenüber David Irving erhoben hat, richtig sind. Also ein ganz, nicht umsonst hat David Irving diesen Prozess führen wollen, weil er sich sicher war, dass das Gericht ihm folgen würde und er ein für alle Mal seine revisionistischen Holocaust-Leugnerischen Ideen propagieren könne. Und dieser Prozess, der sich über vier Jahre hingezogen hat, den hat Richard Evans als Fachhistoriker ganz entscheidend mitgeführt, mit Erfolg, muss man sagen, und das ist wirklich ein Meilenstein auch in der Geschichte der Holocaust-Leugnung, das Gericht hat der Beklagten Deborah Lipstedt in fast allen Punkten Recht gegeben, David Irving hat diesen Prozess verloren, er musste auch alle Kosten tragen, was man als Strafe, glaube ich, für seine revisionistischen Ansichten durchaus gerechtfertigt halten kann. Jedenfalls seitdem ist dieser, einer dieser sozusagen wichtigen Figuren der Holocaust-Leugnung entkräftet worden und das war damals ein wirklich an Bahnbrechen und wir haben alle bis zum Schluss mitgefiebert und gesagt, hoffentlich gelingt es, weil er so wichtig war, dieser Prozess und unser aller Dank Richard Evans ist uns dafür, Ihnen, dass Sie dies geleistet haben. Daraus ist aber auch ein großes Werk entstanden, nämlich ein vielbändiges Werk, das Dritte Reich über drei Teile hinweg, in dem Richard Evans auf eine, sowohl vom aktuellen Forschungsstand her, wie aber auch sozusagen für ein, im Englischen sagt man immer, General Republic Buch, also erklärt, und zwar jetzt ausführlicher, nicht nur auf 150 Seiten, sondern wirklich auch ausführlich, den Aufstieg des Nationalsozialismus, seine Errichtung der Diktatur bis hin zu der Kriegszeit dargestellt. Daher kommt die auch besondere Expertise, also die See in Richard Evans ist ausgewiesen für die europäische und internationale Geschichte, moderne Geschichte seit dem, mit dem Todesstrafenbuch ja auch seit Ende des 18. Jahrhunderts, 17. Jahrhunderts kann man sagen, bis in die Neuzeit hinein, ein streitbarer Historiker und nicht umsonst ist dieses Buch über die Verschwörungstheorien ja auch in dieser Situation, gerade hier in Deutschland, glaube ich, ein ungemein wichtiges, weil es eben zeigt, dass Verschwörungsideologien nicht einfach entstehen, sondern auch ihre Geschichte haben. Und ich freue mich sehr, Richard Evans, auf Ihren Vortrag. Vielen Dank für die Einladung zur Topografie des Terrors und vielen Dank, Herr Wilt, für diese ausführliche und lobende Einführung und Einleitung. Also ich beginne zugleich mit der Feststellung, dass die Vorstellung, dass nichts in der Geschichte zufällig geschieht, dass nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint, dass alles, was vor sich geht, das Ergebnis geheimer Machenschaften, böswilliger Gruppen ist, die hinter den Kulissen die Geschehnisse manipulieren. Diese Vorstellung ist so alt wie die Geschichte selbst. Dennoch wird von vielen die Meinung vertreten, dass Verschwörungstheorien im 21. Jahrhundert vom Aufstieg des Internets und der sozialen Medien befördert, populärer und weiterverbreitet sein als jemals zuvor. Zumal der Einfluss der traditionellen Torhüter der Meinungszirkulation wie Zeitungsredaktionen und Buchverlager schwindet und die in dem vertretenen Begriff der alternativen Fakten aufgehobene Unsicherheit gegen dem, was wahr oder falsch ist, allgemein zunimmt. Ne, geht nicht. Ach, so. Ja. So laut Josef Ożinski, einem der gegenwärtig führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet, sind Verschwörungstheorien zu einem Kennzeichen des frühen 21. Jahrhunderts geworden. So meint er, sie sind zum Sammlungsruf großer politischer Bewegungen geworden. Das Internet, einst als Instrument der Demokratie gepriesen wird, um des Profits oder der Machtwillen benutzt, um die Massen mit Fake News zu manipulieren, die hauptsächlich auch aus erstunkenen und erlogenen Verschwörungstheorien bestehen. Unsere Kultur, so stellt Ożinski fest, unsere Kultur wird von Verschwörungstheorien überschwemmt. Nirgendwo ist die Ausbreitung von Verschwörungstheorien und alternativen Pakten offensichtlicher als in revisionistischen Darstellungen der Geschichte des Ritten Reichs. Lange diskreditierte Legenden sind hierbei in letzter Zeit zu neuem Leben erwacht und erhalten durch neu entdeckte Belege und neuer Blickwinkel der Betrachtung scheinbar Glaubwürdigkeit. In meinem Buch geht es nicht um wirkliche Verschwörungen, es geht darum, wie die paranoide Vorstellungskraft mit Hitler und den Nationalsozialisten verbunden ist. Untersucht werden fünf vermeintliche Verschwörungen, die bisher von ernsthaften Historikern wie von Verschwörungstheoretikern verschiedenster Couleur jeweils einzeln behandelt wurden. Und wenn man sie nun zusammengenommen durch die früher jüngere allgemeine Studien über Verschwörungstheorien betrachtet, sind einige überraschende Dinge zu erkennen, die sie gemeinsam haben. Verschwörungstheorien sind nicht alle gleich. Die Forschung auf diesem Gebiet hat unterschiedliche Arten solcher Theorien ausgemacht und unterscheidet zunächst zwei Hauptformen. Die erste ist die systematische Verschwörungstheorie, in der eine einzelne konspirativer Gruppe mithilfe der unterschiedlichsten Aktivitäten danach strebt, ein Land, eine Region oder sogar die ganze Welt unter ihre Kontrolle zu bringen. Häufig ist die Verschwörung der Theorie zufolge über einen langen Zeitraum hinweg tätig und geografisch über ein weites Gebiet gespannt. Verbreitet und verstetigt wird sie durch weltweite Organisationen oder Gruppen wie die Illuminati, die Freimaurer, die Kommunisten oder eine Volksgruppe wie die Juden. Die zweite Hauptform ist die Ereignis- Verschwörungstheorie, in der eine Geheimorganisation hinter einem bestimmten Ereignis steht, wie die Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Hier eine satirische Darstellung der verschiedenen Theorien über seine Ermordung. Oder auch der vermeintlich gefälschten Landung von Menschen auf dem Mond. Diese Verschwörungen werden in der Regel als kurzfristige Phänomene beschrieben, die wenige Wochen oder Monate, höchstens aber einige Jahre in Anspruch nehmen. Wichtig ist die Tatsache, dass beide Arten von Verschwörungstheorien hinter historischen und häufig auch aktuellen Ereignissen das Wirken verborgener Kräfte annehmen. Gemeinsam ist in beiden Formen die Aufpassung, dass sie von Verschwörungstheoretikern sogenannte offizielle oder anders ausgedrückt allgemein anerkannte Auffassung eines Vorgangs oder Ereignisses oder eine Ereigniskette falsch sei. Tatsächlich impliziert schon die Benutzung des Attributs offiziell, dass Regierungen oder mächtige Eliten Historiker, Wissenschaftler, Journalisten und andere dazu gebracht haben, Narrative zu verbreiten, deren Zweck es ist, die Wahrheit zu verbergen, um den Status quo zu bewahren und sie an der Macht zu halten. Dies wiederum bestärkt die Verschwörungstheoretiker darin, dass sie die Einzige, die wirklich, als Einzige die wirkliche Wahrheit kennen. Im Mittelpunkt der ersten dieser angeblichen Verschwörungen steht die berichtete gefälschte antisemitische Hetzschrift die Protokolle der Weisen von Zion, um die sich das erste Kapitel dreht. Wo ist das Pamphlet fabriziert worden, warum ist es so verbreitet, brachte es letztlich Hitler dazu, den Holocaust in Gang zu setzen, waren die Protokolle mitunter einer Vollmacht für den Völkermord und sind daher ein klassisches Beispiel für die Gefährlichkeit von Verschwörungstheorien, wenn man zulässt, dass sie wuchern und sich über die Welt ausbreiten. Und hier Norman Combs grundlegendes Buch über die sogenannten Protokolle. Aber geschwätzig chaotisch umstrukturiert kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs als eine Mischung von Plumpen, Fälschungen, Plagiat und Erfindungen entlarvt, König-Protokolle kaum als Musterbeispiel für antisemitische Hetzrhetorik herhalten. Bemerkenswerterweise fehlen viele der Kernelemente der antisemitischen Ideologie in den sogenannten Protokollen. So fallen traditionelle Aussagen des religiösen Antisemitismus durch ihre Abwesenheit auf. Beispielsweise sagen die angeblichen jüdischen Verschwörer, die angeblich dann die Protokolle geschrieben haben, nicht, die Juden hätten Jesus getötet, sie würden Hostien schänden, Brunnen vergiften, christliche Knaben morden. Auch moderne rassisch- antisemitische Klischees sind in den Protokollen nicht zu finden. Wirkungsvoll waren die Protokolle vor allem deshalb, weil sie behaupteten, ein authentischer Beleg für die Existenz einer jüdischen Weltverschwörung zu sein. Die von einem organisatorischen Zentrum der internationalen jüdischen Gemeinde ausgehe. Man brauchte sie also kaum zu lesen. Sie waren einfach durch ihre Existenz eine Bestätigung vorgefasster antisemitischer Vorurteile. So schrieb am 13. Mai 1943 Joseph Goebbels in seinem Tagebuch. Zitiere. Wenn die zionistischen Protokolle nicht echt sind, so sind sie doch von einem genialen Zeitkritiker erfunden worden. Ich komme mittags beim Führer auf diese Themen zu sprechen. Der Führer, sagte Goebbels, der Führer vertritt den Standpunkt, dass die zionistischen Protokolle absolute Echtheit beanspruchen können. So genial könnte kein Mensch das jüdische Weltherrschaftsstreben nachzeichnen, wie die Juden die Juden empfanden. Der Führer ist der Meinung, schrieb Goebbels, dass die Juden gar nicht nach einem festgelegten Programm zu arbeiten brauchten. Sie arbeiten nach ihrem Rasseninstinkt, der sie immer wieder zu einem Handeln veranlassen wird, wie sie im Verlauf ihrer ganzen Geschichte gezeigt haben, so Goebbels. Also die Protokolle hatten also eher indirekten als direkten Einfluss auf Hitler und die Nationalsozialisten. Tatsächlich waren sie für die Nationalsozialisten keine Offenbarung, sondern lediglich eine Bestätigung dessen, was sie bereits glaubten. Das zweite Kapitel in meinem Buch befasst sich mit der Durchstoßlegende, der zufolge die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg das Ergebnis der Schwäche der Heimatfront war. Von der Durchstoßlegende gibt es drei Varianten. In der ersten wird ganz allgemein behauptet, Deutschland habe den Krieg verloren, weil eine sich stetig verschlechternde Versorgungslage zu Munitionsknappheit an den Kriegsfronten und Lebensmittelknappheit an der Heimatfront geführt habe. Dies habe eine Krise des Kampfwillens ausgelöst. Die sich in einer wachsenden Unterstützung der Idee eines Kompromissfriedens manifestiert habe und schließlich in der November Revolution des Jahres 1918. Die zweite Variante enthält den konkreteren Vorwurf, die Sozialdemokraten hätten die Moral der Truppe untergraben, indem sie in der Heimat und bei den Streitkräften selbst Unzufriedenheit schütten, um eine demokratische Revolution auszulösen, wie eben jene, durch die der Kaiser am 9. November 1918 gestürzt und die angeblich reale Möglichkeit weiterzukämpfen, zunichte gemacht wurde. Die dritte Variante, die vom rechtsextremen Rand des politischen Spektrums vertreten wurde, betrachtete Sozialismus wie Revolution aus Formen jüdischer Subversion, wie sie in den Protokollen genannt wurde. Gegen alle drei Varianten sprechen allein schon der Zeitpunkt des militärischen Zusammenbruchs und der Revolution. Die Moral der deutschen Truppen begann aus militärischen Gründen nach der gescheiterten Frühjahrsoffensive von 1918 zu bröckeln, spätestens im Juli. Anfang September war klar, dass der Krieg verloren war. Anfang Oktober begann sich an der Westfront stehende Heer aufzulösen. Hier eine antisemitische Zeichnung von Philipp Scheidemann, der die Truppen dann in den Rücken erdolcht und hinter ihnen stehen die Juden. Der Gedanke, dass sie zur Verteidigung des Vaterlands hätten weiterkämpfen können, während immer mehr Soldaten desertierten, war und ist reiner Fantasie. Und hätte das deutsche Heer es getan, wäre es kriegsmüder, geschwächt, schlecht versorgt und ausgedünnt von den überlegenen alliierten Verbänden niedergebaust wurden, die Tag für Tag durch frische amerikanische Einheiten und zusätzliche Panzer, mit denen die deutschen Stellungen leicht überrollt werden könnten, weiter verstärkt wurden. Alle drei Varianten der Deutsch-Stoss-Legende wurden höchstwahrscheinlich nur von einer Minderheit der deutschen Bevölkerung geklaut, am allerwenigsten natürlich von den Millionen, die die Sozialdemokratie unterstützten. Selbst die Nationalsozialisten benutzten sie in ihrer Propaganda kaum. Zwar verdammte Hitler die November-Verbrecher und Kriegswochere, aber viel wichtiger war es für ihn, die Notwendigkeit, im kommenden Krieg die Fehler des Letzten zu vermeiden. Anstatt weiterhin die alten Eliten wegen ihrer angeblichen Willensschwäche im Jahre 1918 zu attackieren, was diese der NS-Partei und NS-Regime, in dem es ihre Unterstützung brauchte, nur entfremdet hätte, entschied sich Hitler dafür, sie auf dem Weg zu Krieg und Eroberung mit sich zu ziehen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. bis 28. Februar 1933, wenige Wochen nach Hitlers Nennung zum Reichskanzler. Die Brandstiftung bot Hitlers Regierung den Vorwand, bürgerliche Freiheiten aufzuheben. Der erste entscheidende Schritt auf dem Weg in die Ändersdiktatur. Hitlers Behauptung, der Brand sei zur Vorbereitung eines Staatsstreichs von den Kommunisten gelegt worden, war leicht zu widerlegen. In diesem Fall seien sich noch nicht einmal die Richter des Dritten Reichs in der Lage, eine derartige Verschwörungstheorie zu bestätigen. Es war jedoch klar, wer letztlich von dem Brand profitierte. Die Kommunisten behaupteten ihrerseits umgehend, der Brand sei als Operation unter falscher Flagge, wie man heutzutage sagt, von den Nationalsozialisten selbst geplant und gelegt worden, um einen Vorwand zu haben für die Schaffung der quasi legalen Grundlage einer Diktatur, welche dann die Verhaftung von tausenden Kommunisten und ihrer Unterbringung in den neu errichteten Konzentrationslagen legitimierte. Im Gegensatz zur nationalsozialistischen Version ist die kommunistische immer wieder vertreten worden, obwohl seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts vorgelegte Konträgte Beweise stichhaltig zeigen, dass der Brand das Werk eines Einzelnen war, des jungen Holländers, also nicht mal Deutsch, nicht einmal Kommunist, Marienus von der Luber. Hier ist ein kommunistischer Gegenprozess in London gehalten und die Leute dort haben dann die Nationalsozialisten für schuldig deklariert. Aber die Versuche nachzuweisen, dass die Nationalsozialisten den Brand legten, sind durch viele Schlüsseleigenschaften von eigenes Verschwörungstheorien gekennzeichnet. Die Annahme, dass ein Ereignis, weil es von großer politischer Bedeutung ist, im Voraus geplant sein müsse. Die Behauptung, dass Zeugen des Ereignisses auf mysteriöse Weise verschwunden sind oder ermordet wurden, solltet sie nicht mehr in der Lage sein, die Wahrheit zu bezeugen. Die Überzeugung, dass diejenigen, die von dem Ereignis profitieren, auch dessen Urheber sein müssten. Die Ansicht, dass man die Täter oder Nutznießer, wie auch in dieser Hinsicht angenommen wird, entschuldige oder entlastet, wenn man ein tragisches oder verbrechisches Ereignis als mehr oder mehr zufällig betrachte. Die Weigerung, zu akzeptieren, dass ein großes historisches Ereignis von einem unbekannten Einzelnen ausgelöst wurde und nicht von einer organisierten Gruppe. Die Einbeziehung okkulterer Kräfte und die Fälschung von Dokumenten in der Überzeugung dies sei gestattet, da der Fälscher wisse, was wirklich passiert sei und da es keine eindeutigen Beweise gebe, daher berechtigt sei, sie anzufertigen. Auch an dem überraschenden unangekündigten Flug des stellvertretenden Führers, sogenannte Rudolf Hess, am 10. Mai 1941 nach Schottland hat sich eine Debatte entzündet, die im Viertelkapitel meines Buches aufgegriffen wird. In der umfangreichen Literatur über dieses Thema, die zu einem großen Teil aus jüngerer Zeit stammt, werden die verschiedensten Theorien vertreten, weshalb zumindest einige Historiker in Hessens Flug ein bis heute ungelöstes Rätsel sehen? Kam es als Hitlers Bote mit einem Angebot für einen Separatfrieden nach Großbritannien? War er von einer bedeutenden Gruppe britischer Politiker zu seinem Schritt ermutigt worden? Oder gab es darüber hinaus gar eine Verschwörung Churchills und der Kriegsparteien Wartow mit dem Ziel, das Angebot zurückzuweisen und die Wahrheit über Hessens Mission zu verheimlichen? Hierbei handelt es sich unverkennbar um eine weitere Ereignis Verschwörungstheorie. Auch hier finden wir Behauptungen, dass Schlüsselzeugen und wichtige Dokumente, die offenbar um konspirative Verwicklungen zu verbergen unter mysteriösen Umständen verschwunden sind. Auch hier nehmen Verschwörungstheoretiker ein weithin bekanntes bedeutendes Ereignis der modernen Geschichte, das von einem Einzelnen ausgelöst wurde und behaupten, es müsse das Ergebnis von kollektiven Planen und Handeln hinter den Kulissen sein. Wenn nur Beweise dafür vorhanden wären, würde sich schlüssig beweisen lassen, dass es so war. Leider belegen alle Beweise im Fall Hess, dass er allein auf eigene Initiative übergehandelt hat. Den Behauptungen des Gegenteils fehlen jeglicher Grundlage. Das fünfte und letzte Kapitel widmet sich dem hartnäckigen Gerücht, Hitler sei 1945 auch aus dem Bunker der Reichskanzlei entkommen, nach Südamerika mit einem U-Boot gefahren und habe das Ende seiner Tage in Argentinien verbracht. Obwohl die Rotamisten die Überreste von Hitlers Leichnam im Garten der Reichskanzlei gefunden hatten, das ist ein österreichischer Café, glaube ich, und die Details seines Selbstmords von seinem Stab, vor allem Otto Günsch und Heinz Linge, dem russischen Vernehmen bestätigt wurden, behauptete Stalin am 26. Mai 1945, Hitler ist noch tot, Hitler versteckt sich irgendwo. Damit wollte der Kreml sein Argument bestärken, dass es notwendig sei, die Deutschen hart zu behandeln, um den Nationalsozialismus nicht wieder aufleben zu lassen. Da die Unklarheit bestehen blieb, häuften sich die Gerüchte. Immer wieder wurde gemeldet, der NS-Führer sei irgendwo gesehen worden, in Indonesien oder in einem Café in Österreich hier. Sensationsmeldungen über seinen vermeintlichen Verbleib sind wiederholt in den Boulevard-Zeitungen der 50er-Jahre erschienen. Die amerikanische Geheimdienst untersuchte eine ganze Menge Berichte, die eingereicht wurden, und obwohl sie alle ohne Ausnahme als unwahr einstuften, sind die Akten, die in ihrem Archiv noch immer liegen, wiederholt benutzt, um das Gegenteil zu behaupten. Nicht nur Bücher, sondern seit der letzten Jahrhundertbänder veröffentlicht, sondern sogar eine 24-teilige Fernsehserie haben sich der Suche nach Hitler, vorwiegend in Argentinien, gewidmet. Alle Versuche zu beweisen, dass Hitler den Krieg überlebte, sind ohne Ausnahme edichtet oder gefälscht oder basieren sich auf Gerüchte, Anspielungen, Hörnsagen oder Vermutungen und sind leicht zu widerlegen. Zum Beispiel die U-Bote 518, 880 und 1235, die angeblich Hitler und seine Frau, Eva Braun, nach Argentinien überführt, waren nachweislich schon vorher alle von alliierten Streifkräften vernichtet. Von Eva Braun, einer eifrigen Fotografin, ist keine einzige Fotoabnahme erhalten, die aus der Zeit nach dem Krieg stammt, hier vor dem Ende des Krieges in Obersalzberg. Typisch ist die Behauptung eines Autoren, dass die Aussage der argentinischen Frau Catalina Gomero eine Bestätigung von einem echten Menschen, dass Hitler nicht 1945 in dem Bunker gestorben ist. Gomero erinnert sich an einen geheimnisvollen Gast in einem deutschen Haushalt, in dem sie in Argentinien kurz nach dem Krieg arbeitete. Von der Hausherrin haben sie erfahren, dass der Mann Hitler sei. Sie durfte aber den Mann nicht sehen, sondern musste sein Essen auf einem Tablett vor seinem Schlafzimmer abstellen. Er wie sagte sie sagte er aß dasselbe wie alle anderen im Haus. Typisch deutsche Gerichte, Wurst, Schinken, Gemüse. Aber der ungesehene Gast kann schon deshalb nicht Hitler gewesen sein, da dieser bekanntlich, wenn ich den Ausdruck benutzen darf, ein eingefleischter Vegetarier war. Noch abwegiger sind die Behauptungen, Hitler sei mit einem neu erfundenen deutschen Raummaschine nach Antarktika transportiert, wo er in einem unterirdischen Höhle weiterlebte, oder dass er mit Hilfe von außerirdischen Fremdlingern gerettet wurde, oder gar, dass er irgendwann von einem Doppelgänger ersetzt worden war, was von seinen Sekretärinnen vehement dementiert wurde. Sie hätten den Doppelgänger offensichtlich erkannt. In einer demokratischen politischen Kultur hat der Überlebensmythos für manche insofern eine gewisse mit dem Neonazismus und dem Antisemitismus verknüpfte politische Bedeutung erlangt, als er zu dem breiteren Glauben passt, dass die Welt des offiziellen Wissens nach 1945 die Wahrheit über den Krieg, den Verfechter des Überlebensmythos sind häufig Macht- und einflusslose Figuren, die sich am Rande der Journalisten journalistischen, künstlerischen, politischen oder akademischen Sphären oder sogar außerhalb dieser Sphären durchs Leben schlagen und einen Weg hinein suchen. Das Internet hat diesem Untergrund der Pseudo-Information ermöglicht, seine Botschaften schneller und weiter zu verbreiten, als dies vorher möglich war. Aber was den Inhalt betrifft, hat er nichts wirklich Neues zu bieten. Tatsächlich passt dieser in einen sehr alten Kontext denjenigen des Narrativs vom großen Führer, der angeblich den Tod überlistet und als Inspigationsquelle für seine Anhänger im Verborgenen weiterlebt, wie der mythische britische König Arthus, der mittelalterliche deutsche Kaiser, Friedrich Barbarossa oder sogar der französische Kaiser Napoleon, der angeblich kürzlich erst in einem korsischen Restaurant gesichtet wurde. Laut dem Journalisten Walter Clark hat den Mythos von Hitlers überleben Tausende und aufgrund seiner Verbreitung in einer langen, gut gemachten Fernsehserie Hunting Hitler sogar Millionen davon überzeugt, dass es richtig ist, geachtete, gelehrte Historiker als Lügner und Betrüger zu beschimpfen, auch wenn man damit die Verachtung und den Spott derjenigen auf sich sieht, die wirklich wissen, wovon sie reden. Verspörungstheoretiker, so in ihrer Ignoranz verstärken. Sie ermuntern dazu, gelehrten Werken nicht zu glauben und den Ruf professioneller Historiker in den Dreck zu ziehen. Wenn man die Glaubwürdigkeit gut recherchierter Bücher und Filme beschädigt, setzt man den Mythos an die Stelle der Realität. Gefälschte Geschichte richtet Schaden an. Sie verletzt Kriegsveteranen und Millionen von Opfern der Nationalsozialisten. Anzunehmen Hitler habe sich mit Duldung der Westalliierten an irgendeinen Zufluchtsort zurückgezogen, ist beleidigend. Es trivialisiert und negiert den schwer errungenen Sieg über den Nationalsozialismus. So weiter klar. Dass Verschwörungstheorien, die sich um Hitler drehen, heute zunehmend verbreitet und in manchen Fällen wiederbelebt werden, ist Teil eines umfassenderen Trends. der von mehreren sich immer enger zusammenschließenden Strömungen gebildet wird. Diese arbeiten daran, dann die Grünste zwischen Wahrheit und Fiktion zu verpischen oder vielleicht mehr doch daran, alternative Wahrheiten zu präsentieren, von deren jeder angeblich der Realität entspricht und eine eigene Palette von Quasi-Belägen vorweist, die ihre Behauptungen stützen. Herauszufinden, was in der Geschichte wirklich geschehen ist, ist schwierig. Es erfordert viel harte Arbeit, wie die genaue Untersuchung von Belegungen. Es setzt die Bereitschaft voraus, seine Meinung zu ändern und seine Vorurteile und vorgefassten Ansichten aufzugeben, wenn die Belege gegen sie sprechen. Und diese Arbeit ist selbst in einer Zeit wie der heutigen möglich, in der durch das Internet gefördert jede seiner Ansichten in die Öffentlichkeit verbreiten kann, wie bizarre sie auch sein mögen. Die sozialen Medien sind endlich auf dieses Problem aufmerksam geworden, aber letztlich ist es kaum mehr möglich, Falschheit durch Zensur zu bekämpfen, selbst wenn wir es wünschten. Der einzige Weg nachzuweisen, was wahr ist und was falsch ist, bleibt sorgfältige akribische Arbeit. Die in meinem Buch enthaltenen Fallstudien sind ein bescheidener Beitrag dazu. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einführung in verschiedene, man würde sagen, typische Verschwörungsideologische Szenarien der Nazizeit. Sie erwähnen in Ihrem Buch, dass es aber auch andere Verschwörungen gibt, also zum Beispiel die Verschwörung um die Offiziere von Klaus Graf Stauffenberg, die als Conspiracy konspirativ agieren mussten, um den Diktator zu töten. Oder auch die Nürnberger, die Alliierten haben die Hauptkriegsverbrecher angeklagt, zu einer wegen der Hauptanklage Punkt Verschwörung zum Krieg führen. Wie kann man diese verschiedenen Verschwörungen analytisch voneinander unterscheiden? Gibt es gute und schlechte Verschwörungen oder gibt es Kriterien, an denen wir die Verschwörungsideologien, die Sie gezeigt haben, erkennen können? Eine gute Frage. Eine Verschwörung muss insgeheim vorbereitet werden, muss von einer Gruppe gemacht werden und muss ein Ziel haben. Verschwörung ist nicht gleichzusetzen mit Fake News zum Beispiel, obwohl einige Leute machen das. Es gab und gibt natürlich echte wirkliche Verschwörungen und Sie haben dann die Verschwörung um Stauffenberg erwähnt, aber im Großen und Ganzen hat Hitler dann, war Hitler kein Verschwörungstheoretiker wie zum Beispiel Stalin. Stalin sah Verschwörungen überall, der hat Tausende, Hunderttausende ermordet im Namen einer Verschwörungstheorie, dass sie absichtlich dann den Burschewismus oder die Sowjetunion unter Graben haben. Die Schauprozesse der 30er Jahre waren ein schreckliches Beispiel dafür. Das kam daraus, weil eben deshalb Stalin sozusagen angefangen hat, die Macht für sich zu nehmen, innerhalb einer großen Gruppe von gleichen oder Kommunisten auf der gleichen Ebene wie Zinoviev, Buchanan und so weiter. Und er dachte, dass er wollte dann seine allein Macht, seine allein Stärken stärken, indem er sie dann angeschuldigt hatte, in Verschwörung verwickelt zu werden gegen ihn. Also Hitler musste das nicht machen, der war von Anfang an der Führer. Die anderen wie Göring, Goebbels und so weiter, die waren alle auf zweiter Ebene. Selbst Ernst Röhm war eigentlich kein Verschwörer, denn alles, was er gemacht hat, war offen und öffentlich. Der war etwas ein naiver Mensch, glaube ich, und der machte keinen Hehl daraus, dass er die SA, die Reichsferde und Wehrmacht ersetzen wollte. Also Hitler war eigentlich kein Verschwörungstheoretiker. In meinem Buch geht es um Verschwörungstheorien, nicht um Verschwörungen. Ich habe eine Verschwörungstheorie eine sehr wichtige und einflussreiche Verschwörungstheorien nicht behandelt, das ist die Holocaust-Leugnung, weil ich da schon dann im Irving-Prozess und dann in meinem Buch darüber dann behandelt habe. Aber so, die Holocaust-Leugnung behauptet, dass es eine große Verschwörung gegeben hat unter Historikern, Journalisten und so weiter, dann die Tatsache zu vermeintlichen, dass es Holocaust nicht stattgefunden hat. Ich finde, Sie haben in dem Buch eine wichtige Beobachtung unterstrichen, dass Verschwörungsideologen sehr immer darauf bedacht sind, Fakten zu schaffen oder Fakten zu sagen, also fast obsessiv, immer mit Zahlen, Hinweisen, Informationen, ihre Ideologie versuchen zu unterstreichen. Ist das ein allgemeines, besonderes Kriterium, mit dem man Verschwörungsideologien erkennen kann? Nicht immer, also viele Verschwörungstheorien sind über Twitter verbreitet, zum Beispiel, da hat man nur 280 Charakter zu benutzen, aber in den Büchern, die versuchen dann Verschwörungstheorien zu beweisen, dann kommen Fußnoten und Quellen Hinweise sehr häufig vor. Das ist eine negative Wissenschaftlichkeit, kann man sagen. Und wie kann man eine sehr gut gemacht, professionell gemacht 24 teilige FNC-Serie von 24 Programmen je eine Stunde machen, ohne ins Detail zu geben, obwohl das alles natürlich, also es gibt keine konkrete Belege. Es gab eine Rezension von den ersten Teilen dieses Wensi-Serien im Vanity Fair, wo der Rezension sagte, ja, also, wenn man einen Schluck Whisky getrunken hätte und trinken würde, jedes Mal das Programm sagte, Hitler hätte hier sein können, ich glaube, Hitler war hier, es war möglich, dass er dort in Argentinien wurde, würde man stark betrunken bis zum Ende der ersten Folge sein. Sie betonen ja zu Recht, dass Verschwörungsideologien gibt, sei es Geschichtsschreibung oder Geschichte gibt, also eine alte, ein altes Phänomen oder ein sehr lang andauerndes Phänomen, kann man irgendwie, eigentlich, gibt es einen Unterschied zu nationalsozialistischen Verschwörungsideologien, gibt es so etwas wie ein Spezifikum für den Nationalsozialismus, sind dessen, also in Ihrem Buch sind das andere, strukturell andere Verschwörungsideologien als die, die sich um im 18., 19. Jahrhundert um Freimaurer zum Beispiel handelten. Im Grunde genommen waren die Nationalsozialisten keine großen Verschwörungstheoretiken, mit der großen bedeutenden Ausnahme der allgemeinen systematischen Verschwörungstheorie über die Juden, die ich da kurz dann in der Einleitung hier dann dargestellt habe. Es ist so, dass die Gemeinsamkeiten, die strukturellen Gemeinsamkeiten dieser des Antisemitismus mit anderen Verschwörungstheorien über zum Beispiel die Illuminati oder die Freimaurer oder sogar die Jesuiten im 18. Jahrhundert gibt es strukturelle Gemeinsamkeiten. Was neu ist natürlich, dass die nationalsozialistische Antisemitische Verschwörungstheorie im Grunde genommen rassistisch ist, also ein Ausdruck des Rassismus der internationalsozialisten und das ist neu. Aber man sieht, dass die Verbreitung über die Jahrhunderte, dass die Verbreitung der Verschwörungstheorien immer schneller und breiter, größer wird mit der Änderung der Kommunikationsstrukturen. Also Verschwörungstheorien mündlich übertragen, übertragen war ein Kennzeichen des Schwarzen Todes zum Beispiel, als man vor allen Dingen im Rheinland dann von Person zu Person das Gerücht verbreitete, dass die Juden dann die Brunnen vergifteten und daher kommt dann die Krankheit. Auch in einem großen klassischen Buch von Georges Lefebvre über der Grand Peu, also da gab es mündlich verbreitete Verschwörungstheorien, dass die Aristokraten dann die Bauernschaft töten würden und dann kommt im 16. Jahrhundert dann die Erfindung oder im 15. Jahrhundert die Erfindung des Buchdruckens und Pamphlete und Flugblätter und so weiter und das ist eine breite Verbreitung insofern als Leute dann des Lesens mächtig waren und dann kommt dann Radio, Fernsehen, Fernsehfilm und dann schließlich dann das Internet und jedes Mal wurde es möglich dann diese Theorien schneller und auf einem größeres Gebiet zu verbreiten. Ich finde das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man könnte ja auch diese Verschwörungsjologien als Mediengeschichte schreiben, wenn man mal, also mit Entstehung des Buchdrucks, auch im 16. Jahrhundert und der Reformation kommen ja immens viele Pamphlete über was die Katholiken tun, was die Protestanten machen, also da werden ja auch, der Papst wird ja dann auch zu so einem Punkt einer Verschwörung, der dann die Welt ins Unheil stürzen soll, wenn man jetzt die protestantischen Flugblätter aus dieser Zeit nimmt, also es ist offenkundig eine ganz entscheidende, also Verschwörungsideologien ganz entscheidend mit Medien und mit der Verbreitung von Medien zu tun, Kommunikation. Genau, also nicht nur im 21. Jahrhundert sind Verschwörungstheorien gefährlich. Als ich Ihr Kapitel gelesen habe über die Protokolle der Weisen von Zion, ist mir durch den Kopf gegangen, die Frage, ist nicht der Antisemitismus als solcher eine Verschwörungsideologie, also dass Juden immer mächtig imaginiert werden und mächtig entweder als Bolschewisten oder als Plutokraten, die Welt zerstören wollen, also immer antisemitische Fantasien, Phantasmen immer verbunden sind, dass Juden angeblich ungemein mächtige Personen sind und ist sowas praktisch Verschwörungsideologisches nicht im Antisemitismus selbst schon strukturell vorhanden? Ja, also die Protokolle der Weisen von Zion betrachteten, dass sogenannte Judentum als eine religiöse Gruppe, also das war kein rassistisches Dokument, wurde verfasst kurz nach der Jahrhundertwende in Russland und hatte spezifische Merkmale, von denen man dann entnehmen kann, dass sie zu dieser Zeit gehörten. Was wichtig war, dass man nach der weiteren Verbreitung der Protokolle nach dem Ersten Weltkrieg, man kann sagen, dass viel wichtiger war, die Einleitungen, die Fußnoten, die Titel der verschiedenen Abteilungen in den Protokollen, die alle versuchten, wie zum Beispiel in der Ausgabe vom Nazi-Ideologen Alfred Rosenberg, die versuchten dann, die Protokolle relevant zu machen, zur gegenwärtigen Zeit. Aber ich glaube kaum, dass viele tatsächlich die Protokolle gelesen haben, die haben nur das Dokument als Beweis betrachtet, dass die Juden alle die Zivilisation, die Kultur autograben wollten, weil das Dokument behauptete, von der jüdischen Gemeinschaft selbst zu kommen, das war das Wichtige, die Existenz der Protokolle als angeblich jüdisches Dokument, das war das Wichtige. Das denke ich auch, das war die Beglaubigung, dass dieses Dokument angeblich von dieser jüdischen Verschwörung selbst hergestellt worden ist, also man würde heute sagen, geleakt worden ist und wir auf einmal in diesem Dokument sehen, was die Juden angeblich selbst vorhaben. Und sie wurden entlarvt von Istanbul, vom Korrespondenten des Times, der Londoner Times in Istanbul, eine spannende Geschichte, so in Jahr 1920 und ich habe dann seinen Nachlass gefunden und erzähle daraus dann, wie er zu dem Schluss gekommen ist, dass die Protokolle gefälscht wurden und natürlich, damit wollte der Times dann seinen Rivalen, der Morning Post, entgegentreten und der Morning Post hatte die Protokolle als echt vorgestellt. Ich brauche einmal kurz eine Hilfe für das Passwort, um hier in den Chat zu kommen, vielleicht kommt jemand einfach kurz und gibt das Kennwort ein, sonst kann ich den Chat nicht lesen und die Fragen, die uns über den Livestream erreichen. Das wirft ja nochmal die Frage auf, jede Verschwörungsideologie wird sofort auch von klugen Menschen als Fälschung enttarnt und was macht trotzdem diese Verschwörungsideologien so mächtig, obwohl es kluge Widerlegungen, also 1921 schon ein, der Journalist schon in der Times, glaube ich war es, den die Protokolle als Fälschung widerlegt hat, sie mit ihrem Buch, jede sozusagen dieser Einzelteile mit guten Argumenten nachvollziehbaren transparenten Argumenten widerlegen und trotzdem gibt es so viele Menschen, die glauben, die Mondlandung sei in Hollywood gespielt worden und Neil Armstrong hat nie den Boden des Mondes berührt. Was ist die Kraft von diesen Verschwörungsideologien? Warum glauben so viele Menschen? Ja, ganz allgemein gesagt, wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich von Informationen überflutet werden, also die Nachrichten in Fernsehsendungen, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, die überwältigende Komplexität des Lebens und der Welt ist kaum zu fassen. Was die Verschwörungstheorien machen, ist das alles zu vereinfachen und auf einen gemeinsamen Nenner zu reduzieren, gut, hier, Böses, da, alles wird, alles, was geschieht, passiert, deswegen, weil jemand es will. Das vereinfacht er und das macht man auch, das macht die Verschwörungstheoretiker, das gibt ihnen ein gutes Gefühl, weil sie die Wahrheit wissen und alle die ganzen Experten, die wissen es nicht.